Nehmen wir mal, so als Beispiel, nehmen wir mal das Flirten. Da ist jemand, der dich wirklich interessiert. Ach was, du bekommst schon schwitzige Hände, wenn du an die Person denkst. Die, nennen wir sie mal Zielperson, ist eine Herausforderung. Denn es ist die eine Sache, ein schönes Franzbrötchen zu bekommen oder das Herz eines anderen so zu berühren, dass er sich auf dich einlässt. Erkennen ist krasser als Tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan und zum Start nur ganz kurz. Auf meiner Seite www.janschmiedl.coach habe ich noch bis Ende des Monats Juni ein Angebot für dich für ein Coaching. Nee, ich mache jetzt nicht auf künstliche Verknappung, ich sage es dir nur. Ab Juli wird es halt wieder teurer und wenn du über ein Coaching nachdenkst, ist das jetzt dein Zeichen. Denn das Leben fordert eine Menge von uns allen. Und wer sich selber nicht sicher ist, der ist logischerweise unsicher. Das ist aber mal ein Anfang, ich versuche gerade, ja, der Übergang. Ja, also okay, also was ich meine. Mentale Stärke zeichnet sich darin aus, dass sie den Menschen sehr achtsam im Umgang mit sich selber und anderen macht. Sie zeichnet sich darin aus, dass der mental starke Mensch sehr genau seine Fähigkeiten und seine Bedürfnisse kennt. Und nur dann, ja, nur dann kann man wirklich seine Träume zur Realität werden lassen. Und warum sage ich das so konkret? Ich meine, ich bin ja Coach und mein Berufsstand zeichnet sich ja eher durch ein etwas, durch eine schwammige Sprache aus. Also vielleicht, eventuell, könnte passieren, sind so Worte, die wir gerne und oft benutzen, um Menschen dahin zu begleiten, dass sie genau diese Worte aus ihrem Leben streichen. Jetzt bin ich zehn Jahre im Geschäft und früher, ja, früher habe ich auch so geredet. So, bis, ja, bis ich selber große Schwierigkeiten dahin hatte, meine Ziele zu erreichen. Denn es bedarf viel Profil, Standhaftigkeit, Fokus und Klarheit, um auf dem Weg zu seinen Zielen zu bleiben. Nehmen wir mal, so als Beispiel, nehmen wir mal das Flirten. Da ist jemand, der dich wirklich interessiert. Ach was, du bekommst schon schwitzige Hände, wenn du an die Person denkst. Die, nennen wir sie mal Zielperson, ist eine Herausforderung. Denn es ist die eine Sache, ein schönes Franzbrötchen zu bekommen oder das Herz eines anderen so zu berühren, dass er sich auf dich einlässt. Du begegnest also deiner Zielperson. Was für einen Eindruck soll sie von dir haben? Einen sicheren oder unsicheren? Was sagen so deine Klamotten über dich aus? Lächelst du? Ja, das ist alles äußerlich. Und wenn du meinen Podcast schon etwas länger hörst, weißt du, dass alles Gute von innen nach außen wächst. Das heißt, dieses Aussehen ist natürlich auch ein Spiegel deines Inneren. Sagen wir, sagen wir mal, nach außen wirkst du eloquent. Und jetzt fragt die Person, was sollen wir machen? Und du sagst, ach, das ist mir egal, entscheide du. Ja, was glaubst du wird passieren beim Eindruck, der dort entsteht? Und genau das machst du ständig, wenn du nicht weißt, wer du bist, wie du gerade wirkst. Und dann sagt dir eben das Leben, wo es lang geht. Kennst du den Spruch, wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch erreichen? Der Spruch ist absolut wahr und ist doch so oft nicht korrekt. Woran liegt das? Es liegt daran, dass die wenigsten Menschen wirklich wissen, wer sie aktuell sind, wofür sie stehen und was ihnen wirklich wichtig ist. Möchtest du mal testen, ob du Antworten darauf hast, was dir wirklich wichtig ist? Hm, ja, okay, dann stelle ich dir mal vier Fragen. Beantworte sie, während du sie hörst. Erstens. Frage 1 und ich hätte gerne fünf Antworten von dir. Wenn du an dein Ziel denkst, das du erreichen möchtest, was ist dir wichtig? Fünf Dinge bitte. Zweitens. Wenn du keine fünf Dinge gefunden hast, ist das schon ein Zeichen. Und zwar auch in der Geschwindigkeit jetzt. Nicht lange darüber nachdenken. Also, wenn du keine fünf Dinge gefunden hast, die dir wichtig sind, dann solltest du da nochmal genauer hinschauen. Wir können aber jetzt in der Podcast-Folge auch mit weniger weitermachen. Also, wenn du mindestens drei Antworten gefunden hast. Wenn nicht, dann ist das nicht nur ein Zeichen, sondern eine sehr ehrliche Antwort darauf, dass deine Träume Träume bleiben und eben nicht in deine Realität kommen. So, von den fünf Dingen, die dir wichtig sind. Was davon ist dir am wichtigsten? Das war Nummer zwei. So, drittens. Was ist dir noch wichtig? Also, woran hast du eben nicht gedacht? Und zum Schluss, schau dir alle deine Antworten an und sag jetzt mal, was davon ist das Aller, Allerwichtigste für dich? Viele Menschen sind bei diesen Fragen völlig überfordert. Oft denken wir nämlich an andere Menschen und probieren, deren Wünsche zu erfüllen. Stell diese Frage in jedem Vorgespräch zu einem Coaching. Also, wenn du darüber nachdenkst, dich von mir coachen lassen zu wollen, kannst du dich schon mal darauf vorbereiten, dass ich genau diese Fragen stellen werde. Und die Antworten und Reaktionen darauf sagen mir sehr viel über den Menschen und ob ich mit ihm zusammenarbeiten möchte oder auch kann. Das ist übrigens auch mal eine völlig überraschende Art, mit jemandem zu flirten. Denn solche Fragen hat dein Gegenüber bestimmt noch nie gestellt bekommen. Außer, er hat meinen Podcast und dann habt ihr ein tolles Gesprächsthema. Aber, Achtung. Stell diese Frage niemals, wenn du deine Antwort darauf nicht kennst. Solltest du die Fragen nicht gut für dich beantworten können, dann wirst du große Herausforderungen haben, um deine Ziele im Leben zu beantworten. Äh, zu beantworten, deine Ziele zu beantworten. Das ist super. Also, deine Ziele zu erreichen. Warum ist das so? Nun, das ist ein großes Coaching-Geheimnis. Nee, ich verrate es dir. Du kannst das nur sauber für dich beantworten, wenn du deine Werte, deine innersten Bedürfnisse, einen Zugang zu deiner Intuition und somit auch zu deinen echten Gefühlen hast. Wenn du das nicht hast, sind alle Antworten nur oberflächlich und die Wahrheit liegt viel tiefer in dir verborgen. Ohne das Wissen und Fühlen darum steht dein Vorhaben, was auch immer es ist, auf tönernen Füßen. Der kleinste Gegenwind lässt dich einknicken. Und scheitern ist ja nicht schlimm. Wir alle scheitern ja dauernd. Der den Unterschied macht, wie scheiterst du und wiederholt sich dieses Scheitern. Ohne das Wissen um dich sind deine Ziele eben nur das, was sie oft bleiben und erreichte Träume. Denn das Wissen darum ist deine Bodenhaftung, es ist dein Wurzelwerk. Alles andere ist so ein Fallschirmsprung mit der Einbildung, fest auf dem Boden zu stehen. Kann auch super sein, nur kannst du nicht gleichzeitig an einem Fallschirm in der Luft hängen und eine Heidewanderung machen. Dein Ziel sollte stets deinem Wertesystem entsprechen. Natürlich solltest du deine Stärken immer einbringen können und du solltest die mentale Stärke haben, um Rückschläge zu verarbeiten. Also, was ist dir wichtig? Was davon ist dir am wichtigsten? Was ist dir noch wichtig? Und was ist das Aller, Allerwichtigste für dich? Diese Fragen kannst du dir im täglichen Leben immer stellen und wenn du Probleme beim Beantworten hast, dann ist da was faul. Hab einen erkenntnisreichen Tag und einen festen Stand. Bis dann, der Jan. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann, der Jan.